wir haben jetzt noch mal zwei Showa, einen Tancho Showa, einen Showa, auch Deinichi Toyota, hier war Shimano, auch das sind Torsai, so ca. 45 cm groß, beide weiblich, auch die sind noch frei zum Verkauf, wer hier was möchte, auch die sind qualitativ sehr gut, ziehen wir auf, auch hier bis zum Herbst 45 bis 60 cm